hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video wir bauen an der adventure map im kreativ modus deshalb habe ich hier das inventar gelernt wir noch kurz hause das ist vom let's play das haus also noch nicht so weit war jetzt nicht so viele aufnahme machen kann so erstmal hier rein und jetzt gehen wir zum spawn weil hier diese welt welt zur adventure map wird könnt ihr dann im adventure modus eine adventure map bereisen mit story also mit echter story mit so kristalln prismarinen kristallen die ihr suchen könnt also die hier wenn ich sie gerade finde herzens mehr das würden wir nicht so verschenken aber kristall prismarinen kristalle und eventuell noch eins dazu und es wäre könnte vielleicht exp fläschchen also wir werden sie nicht einsammelbar machen nur ein bild also ein rahmen was könnten wir noch mal ah ja genau die schickröteneier werden wir noch verkaufen also als easter egg zum beispiel sagen wir mal eine falltür oder so haben oder einfach ein loch also ein loch ein meter loch ist und dann könnt ihr dort ja das eis sehen ich werde jetzt nicht die standorte zeigen diesen irgendwo hier verteilt zum beispiel bei diesem turm oben oder so wenn ich verbesserungsvorschläge habt dürfte die natürlich gerne nennen und ja das setting ist einfach mal römer zeit also antike mit barbaren germanen die angreifen von hier hinten diesen jetzt zum beispiel hier auf diesem berg und haben hier eine festung gebaut und die römer sind eher in die richtung zum beispiel der turm das sieht ja schon ein bisschen römisch aus hat hier auch leiter zum hoch gehen und wir möchten jetzt hier zum beispiel ja schon mal eine festung bauen wir hatten hier gehört sein es ist einfach noch nicht alles eingestellt wir brauchen leider unbedingt ein techniker der hat leider hier schon mal etwas abgebaut aber sie nicht nach gutem griffen aus zum unglück weil die welt eigentlich nicht zum abbauen ist ja müssen wir leider abbauen kannst sagen wenn du es wieder willst also 52 stein kohle zwei kohle weil ja eigentlich ist die welt nicht zum abbauen gedacht ich hoffe es fehlt hier nichts ob das ist eigentlich unterstützt und schutz noch ja das ist so eine sache multiverse macht bei uns probleme die welten waren einfach nicht mehr erreicht und so weiter und deshalb ja konnten jetzt gerade momentan nicht so den server offen lassen mussten einfach ein backup laden wieder und das nervigste was plug ins die eigentlich immer gut geklappt haben plötzlich nicht mehr so ist ja mega komisch aus okay so sieht es nicht so schön ist nicht so schlimm aus auf das bild sie mega zu glatt aus in diesem texte weg also was sind wir waren waren sind eher dunkel machen fichten fichten ist ein bisschen zu hell heute dunkles holz ich bin noch ein bisschen am überlegen ja machen wir dunkles holz wieder reparieren also nicht schlimm wenn ihr ein bisschen abbaut aber sollte natürlich auch noch so aussehen als würde es normal sein ja wir müssen das sowieso abbauen hier die welt die kann ich auch schon relativ gut herum experimentieren einfach so mit redstone mache nicht so gerne das dürft ihr gerne wissen machen ich bin nicht so der redstone nutzer ich kann es zwar ziemlich gut wenn kollegen zuschauen und so weiter aber ja gerne mache ich immer noch nicht keine ahnung so weil ich technik eigentlich liebe im real life machen wir doch das 1 rein ein paar hießaten wie sehen die am besten aus ich bin zu schnell speed 1 so dürft mir gerne was ich besser machen soll in die kommentare schreiben ich bin natürlich nicht so gut im kreativen mode dann machen wir am besten so palisaden die andere immer halb step abwechslend sind zum beispiel eins machen hier 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 sieht mir nicht babasch genug also sieht eher ein bisschen geregelt aus machen wir ein doppeltes und hier eins runter sieht schon viel viel besser aus wenn es nicht synchron ist und da nicht allzu oft die holzpfahle oder außen machen so weiter aus ich bin ein bisschen zwiegespalten noch gefällt mir es nicht so weil eigentlich kann ich schon ziemlich gut bauen aber es ist asynchron und so kann ich leider nicht so bauen das gefällt mir schon viel besser hier vielleicht mal tief und hier oben hoch so vielleicht ich würde schon gerne ein bisschen 2 der ne ich lass das mal sagen das machen wir einfach mal weiter was haben wir hier 10 gemacht oder 11 Ja, da muss auch nicht zu viel sein. So, so. Sollte auch so ein bisschen zerstört sein, aber wie machen wir das, dass es einfach ein bisschen mehr 3D aussieht? Ich habe keine Ahnung gerade. Wir müssten eigentlich die Säulen hier immer eins vor machen. Und hier vielleicht zwei. So. Sieht eigentlich gut aus. Und hier auch zwei. Das gefällt mir hier noch nicht so. Das hier vorne. Das hier auch wieder zwei. So. Sieht schon viel besser aus. Aber es sieht noch nicht ganz so nach vorne aus. Ein paar Bilder hin. Die Flaggen, also Römer sind ja rot. Und was könnten die gemeint sein? Schwarz. Oder braun oder so. Schwarz, rot, gelb. Ähm. Bild. Wo sind die Bilder am Daumen? Gemälde. Grün. Also die Alemonen sind grün gewesen. Laut Romo Tuttlemore. Baba in Englischen. Grün. Ein Drachen wäre auch nicht schlecht. Aber wie kann man jetzt hier die Bilder so hintun? Ah, so. Okay. Also das sind die Alemonen grün. Was würde besser passen? Alemonen oder Germanen? Alemonen. Ich liebe einfach die Zeit von Nero, dem ersten Kaiser Roms. Oder der zweite Kaiser. Ich weiß auch nicht. Ach komm. Ja, und auch ein bisschen Essbesteck drauf. Genau. So. Wir sind Germanen. Rabanvölker des Nons. Aus dem Töterburger Wald. Ach man, das nervt Minecraft. Ich bin kein, keiner der, soll ich sagen, ja, gut findet. Das. Einfach die Gemälde nicht wechseln. Weil zu viel Platz. Da kommen nur die grossen. Also es geht ja noch. Sind nicht zu viele. Also es sind ja nur Banner sozusagen. Die von schöner Aussehen. Je nach Texte-Pack. Äh, wo haben wir hier die Bilder? Ich glaube hier vorne. Wo haben wir die Bilder am Haus denn? Die sehen im normalen Ressource-Pack. Wie denn aus? Eigentlich ist ja das Vanilla, äh, wie heißt das? Chromahels, gell? Ja, das Chromahels. Viel besser. Ja, das passt nicht. Und da müsst ihr wahrscheinlich das Chromahels runterladen. Damit es überhaupt passt. Das wird das auch auf dem Text, äh, auf dem Server installieren. Also dass ihr, wenn ihr auf den Server kommt, das runterladen könnt automatisch. So. Ja, sieht jetzt nicht so schön aus in normalen. Also mir gefällt es halt einfach nicht, weil es so richtig klumpig ist, das normale Texte-Pack. Und ja, ich habe jetzt auch noch nicht die 1.15 Version, weil die noch nicht draußen ist, glaube ich. Muss ich dann auch noch nachschauen. Hm. Ja, hier diese Falltüren, naja, passen noch nicht so recht. Vielleicht die Laternen auch irgendwo anders hin. Und beim Spawn, ich möchte den Spawn schon noch größer machen, aber das müssen wir dann zusammen, also wer will, doch schon machen. Hier ist noch eine Höhle. Okay. Mit Kohle. Ja. Was wir machen müssen, ist noch World Guard benutzen, weil er scheinbar abgebaut werden kann. Und das ist natürlich jetzt nicht so nötig. Was machen wir denn hier durch? das werde ich mal vorbauen und dann können wir noch ein paar zelte drin bauen irgendwie dass die römer die germanen sind ja neu hier sie sind nämlich die germanen die das römische reich erhobet haben und nicht die römer die das germanische reich erhobet haben das ist bei uns ein bisschen anders die germanen sind viel zu stark für die römer hier könnte man etwas cooles bauen auf diese halbinsen ich bin mal gespannt ich mache jetzt die folgen auch nicht so lange wie beim let's play ist nicht 30 minuten wie beim let's play sondern 15 16 minuten jetzt und wenn ihr ideen habt ich habe jetzt auch noch nicht so viel der gesammelt weil ich nicht so aktiv am server wegen dem multiverse pack und ihr dürft euch melden wenn ihr mit plugins sehr gut auskennt wenn ihr die anpassen könnt oder wenn ihr selber plugins machen könnt dürft ihr euch gerne melden unter der e mail adresse die unten in der video beschreibung steht dürfte mich gerne kontaktieren oder auch kommentar schreiben und so weiter und wenn ihr euch das projekt gefällt sagt mir bescheid schreibt auch in die kommentare oder per e mail dass euch das projekt gefällt und dann machen natürlich gerne viel mehr folgen aber wenn es halt nicht so gut ankommt dann muss ich natürlich schauen dass ich achte nicht auf dies lags nur auf likes wenn ihr also vielleicht dann kommen die parts natürlich mehr von diesem projekt egal welches deshalb schaue ich eigentlich immer nur auf die likes jetzt momentan rechnung hat nicht so gut geht kann ich natürlich nicht mehr folgen bringen weil ich nur langweilig am leveln bin aber wenn jetzt ein projekt wie zum beispiel minecraft drago rolia let's play und das projekt hier mehr und besser ankommt also mehr likes hat dann kommt es natürlich mehr also bei mir könnt ihr sehr viel mitbewirken was wir sehen könnt bei mir auf dem kanal und es kommen auch viele andere projekte nächste zeit habe ich nicht so viel vor anders zu machen also sport zu machen und so lieber ein bisschen mehr let's play und live stream und der zweite bildschirm kommt auch bald dann mache ich auch live streams davon also dankeschön und bis zum nächsten mal tschüss schönen tag noch auf wiedersehen